Könntest du mal bitte einmal die beiden fertig machen? Sag mal! Meine Fresse nochmal! Ist doch nicht mehr normal! Boah, ey! Ey, diese Waffe, ne? Nee, das ist mal Jandas! Zwei Clip ein-Nachladen! So! Ey! Och, nett! Wir haben ja nicht mal mehr... Alter! Das ist jetzt nicht dein Ernst! 25 Schuss! Wow! Wir haben ja echt viel! Ja, wirklich super viel! Mit 25 verkackten Schuss seh ich mir das Ganze an, ey! Du mich auch! Ja! Du mich auch! So, einmal! Ja, kommt doch noch mehr! Du mich auch! 10.000 Viecher, Alter! Das ist doch nicht mal normal! Das ist doch nicht mal feierlich! Der ganze Scheiß! Und hier ist wahrscheinlich eh nur Mist drin! Ersatzteile Box! Oh, wow! Ersatzteile Box! Ersatzteile Box! Das hatten wir alle schon! Das hatten wir alle schon mal! Das Problem ist, ist dieser Scheißweg dahin! Total verkacktes! 10 Jahre später, der Fahrstuh, die Fahrstuhlfahrt! Natürlich, ausgerechnet jetzt werde ich... Scheißviech! Kickt euch doch! Ja, kommt doch! Kommt doch noch mehr! Ja, genau! Komm, geh kacken! Manchmal könnte ich das Spiel echt zum Mond jangen, ne? Das glaubt ihr mir gar nicht! Und jetzt! Oh! Ich krieg aber keine Medipacks, weißt du? Nö! Och, nett! Das kann nur lustig werden! Das kann nur lustig werden jetzt! Ich bitte jetzt schon mal zu entschuldigen, falls ich rangen sollte! Hä? War klar! Ah, so klar! Fuck! Fuck! Wow! Wie tief? Was glaubst du wohl selber nicht? Was ist da oben eigentlich? Ja, toll! Ganz toll! Wo soll ich... Erstmal will ich rausfinden, wo ich mich überhaupt am besten hinstellen kann. Im Prinzip eigentlich nirgendwo hin, weißt du? Ja, danke für den Frame-Einbruch! Nicht weiter hin! Ist hier oben was? Nö! Ist hinten was? Ach, guck mal! Hab ich ja noch nie gefunden hier! Ja, hier oben ist was! Kannst du dich nirgendwo hinstellen, ne? Ohne Scheiß! Halt! Hallo! Hallo! Ja, genau! Komm schon! Könntest du dich mal bitte wehren? Hallo! 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 Danke! Genau das wollte ich nämlich! Ja, danke, das ist luck! Sag mal, warum hab ich heute so viele Probleme eigentlich? Ja, jetzt schon wieder, Alter! Hab ich zu mich eigentlich verarschen! Okay! Okay! Nein! Oh-oh! Oh-oh! habe ich mich gerade selber getroffen naja kommt dass wir in ruhe was gar nicht das war ein versuch so geht klar yes danke ich hab nicht mal mir die beiz... ernsthaft jetzt? hola! alter! Ey, komm schon, Alter. Das ist doch... So langsam mal sicher macht das heute gar kein Fun, Alter. Das ist doch nicht mal normal, ey. So viele Probleme hatte ich ja nicht mal bei Dead Space 1 und 2. Da bin ich zwar auch verreckt, ja, aber da habe ich trotzdem nicht solche Probleme gehabt. Wie im Leben. Ach, puh. Ja, komm raus. Nein, hier ist aber... Warum holst du mir... Du, mich auch... Mich auch, Alter. Ah. Schau, wie das noch... Probleme? Danke. Genau das, was ich gebraucht habe gerade. Ach, come on. Was für noch in Ruhe. Okay. 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 Danke. Oh. Meine... Gesser, Alter. Oh. Aber jetzt ein bisschen... Epic... Pale, aber egal. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh. Jo, ich hab ihn getroffen. Oh, danke. Ach, come on, Alter. Nein, du sollst die Waffe nicht wechseln. Nein. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hab ich überhaupt noch Munition? Ja, hab ich. Ja, könntest du mal bitte sterben, Alter. Danke. Danke. Wie jetzt? Was wollte ich gerade sagen? Nein, und so. Danke. Danke. So. Sound von wo? Ja, da hinten. War's das jetzt? Noch eine Ladung. Starf, Alter. Nein. Hallo. Ja, ja, komm mal, Alter. Boah, wie viele denn eigentlich noch? Wie viele denn noch? Bitte. Ja, danke. Toll. Gerade verbraucht, Alter. Ach, come on, Alter. Wie viele noch? Sag mal, habt ihr es jetzt bald? Na, langsam geht mir das ganz auf. Ja. Ey, das glaub ich doch jetzt nicht. Wie viele denn noch, Alter? Oh ja, noch einer. Ernsthaft jetzt? Fickt euch doch einfach nur. Boah. Meine Fresse noch mal, Alter. Das glaubst du doch wohl selber nicht, ey. 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 Scheiß Müllhalder, Alter. Boah, ey. Das ist einmal geschafft, weißt du. Boah, ey. Da bin ich froh, wenn ich hier raus bin, ey. Und ja, ich weiß, die Folge ist jetzt eigentlich schon wieder zu Ende, aber das ist, Alter. Ohne Scheiß, ey. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für die ganze Rage-Reihe, aber das ist echt krank gewesen, dass man da ständig verreckt ist. Ich hab schon mit Stase gearbeitet, weiß ich. Ich hab wirklich schon mit Stase gearbeitet. Ihr habt es alle gesehen, weißt du. Und trotzdem war verreckt so elendig daran, weißt du. Ich mein, ich hab ja nichts dagegen, weißt du, wenn man es schwer hat, weißt du. Ich mein, ich hab ja die anderen der zwei Spiele ja auch oft schwer gezockt, weißt du. Ist ja nicht das Problem. Sei auch nichts gegen. Fick dich doch, Alter. Kannst du mich auch mal kreuzn, weiß ich jetzt. Entschuldigung, Alter. Ich hab ja nichts dagegen, wenn es schwer ist, weißt du. Aber wenn es dann schon fast unmöglich aussieht, weißt du. Und dann auch so. Ne, sorry. Seh nicht ein. Alter. Ich will gar nicht wissen, wie das jetzt weitergeht. Also jetzt so von mir selbst jetzt so. Nein, das wollte ich ja. Ich wollte das da. Okay. Ja, ich will jetzt eigentlich im Prinzip nur noch einen Speicherpunkt finden, weil das bringt ja... Isaac, ein letzter Fakt, über den Sie nachdenken können, während Sie Ihrer eigenen Vernichtung entgegeneilen. Hätte Earthgoth oder diese längst toten Wissenschaftler oder Sie sich dazwischen gefunkt, hätte die Menschheit schon völlig schmerzlos unser ultimatives Ende, unsere vorbestimmte Wiedergeburt erlebt. Tja, welchen Zweck hat diese Konversation wohl? Nun, wenn wir uns das nächste Mal sehen und ich Ihnen ins Gesicht schieße, werden Sie den Grund verstehen. Ach nö, nicht hier. Toll, jetzt weiß ich nicht, ob ich einen Speicher... Ja, toll. Hänger. Genau. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alienmaschine unseren Kodex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie, verfälscht. Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes Zentral, Zentral. Seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe, dass dies der langweilige Durchschnitt wird. Ja, sorry, wenn das jetzt mit dazwischen war. So, einmal... Wo ist denn das Ding da? So, einmal... Fickt euch einfach nur. Fickt euch einfach nur. Komm schon. Nein. Oh, danke. Das wird schon wieder nicht reichen, weil schon wieder 10.000 von den Viechern hier schon wieder existieren. Ja, sag mal, wie oft muss ich da eigentlich noch draufschießen? Fuck. War so klar. Ich hab keine... Ich hab nicht mal... Geil! Keine Munition, kein nix, kein... Ach Gott, ey. Okay, das ist das letzte Stück. Gut. Kommst du dann jetzt zurück? Ja, bin bald da. Ernsthaft, Alter. Ich hab weder Minipacks, ich hab weder Munition, ich hab gar nichts. Wirklich gar nichts. Das ist ein Wunder, dass ich überhaupt überlebt habe. Hey, jetzt hier... Hey, jetzt hier irgendwas kommt, ne? Ich glaub, dann flippe ich aus. So, und ich werde jetzt erstmal kurz, bevor ich irgendwas machen werde, ich gucke, ob der Fortschritt gespeichert wird. Oben rechts immer. Ja, er wird gespeichert. Oh, danke. So, und hiermit beende ich den Part auch. Sorry, dass es das so lange gedauert hat. Und bis dahin. Ciao.